Ja Leute und herzlich willkommen hier zu dem kleinen Vlog spontan. Es war ein kleiner kurzer heute nur, weil ich geh heute zum Sommer ähm, Belkin Party von YouTube Space, also von YouTube und ich bin gespannt wie es werden wird. Ich nehm euch ein bisschen mit, film ein bisschen für euch und bin selber gespannt wie es wird und ich hoffe, ihr habt, euch gefällt das Video. Das ist gar nicht verwackelt oder so? Alvin, wie ist die? Ja Leute, wir sind jetzt hier am Belkin Space zum Sommer Party. Guck mal, wer da ist. Das ist ein Hinschwiebel. Guck mal auf. Leon. Die Kamera hat keine Image. Sieht aus, als ob du mitten im Fußballer bist. Das ist Leon. Das ist ein Hinschwiebel. Das ist kein Hinschwiebel. Das ist ein 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 Hinschwiebel. Ah, ah... Bis zum nächsten Mal.